Willkommen zurück zu meiner Folge Minecraft. Wir müssen erstmal das Mikro ein bisschen anders schieben und wir laufen auch mal in die Richtung. Genau, so. Wir sind dabei und bauen gerade hier sehr viel Holz ab. Wir machen das jetzt auch mal so. Wir bauen das jetzt auch mal so ab. Und gehen dann nachher einmal mit Rechtsklick darüber. Haben wir nämlich einen neuen Titel für die Folge. Nämlich eine neue Abbautechnik. Lustig, ne? Obwohl sie eigentlich alt ist. Und so, wir schmeißen hallo. Was geht denn mit meiner Maus da ab? Warum verschwindet ihr einfach auf die andere Seite des Bildschirms? Oh nö, ich bin schön herangelaufen. Ja, ja, mach du mal deine Geräusche. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Nicht mit mir. So, wie. Wir können hier schön drüber fliegen. Wo? Äh, okay. Da war ein Bienen, der ist dran. Das habe ich aus Versehen abgebaut. Upsala. Gut, dass ich kein Screenshot machen konnte. Vielleicht kriege ich das ja hin. Ein Screenshot aus der Folge raus zu entnehmen. So, wir können aber eigentlich nochmal 1, 2, 3, Super besetzen. Denn es ist gar nicht so wild, wenn wir... Ah, wir haben gar nur 60. Okay. Wir haben gar nur 60 Zepplings. Dann müssen wir gleich mal aufpassen, dass wir ein paar mehr kriegern. Dass wir nicht so wie eben 10 Minuten unter der Erde hocken. Und, äh, das ist halt die Beute, die Sachen decayen. Das wäre halt doof, ne? So, jetzt haben wir schon wieder 52. Hier, guck mal, das geht doch zu. Hier ist eine große Fläche. Hier kann man echt ein paar Mal mehr hinsetzen. Dann läuft man nämlich nicht so weit. So, hier waren noch Sets, Slinge, genau. Baum gewachsen. Nö, aber wir gehen trotzdem rüber. Wir können aber mal hier zwischendurch... Mal den Honig ernten. Da gibt es wieder 5 Honigblöcke. Wunderbar. Uch, da ist gar keine... Ups, 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 ups. Da war gar kein Feuer drunter. Oh, nö, jetzt sind ja noch alle bis auf mich. So, die müssen wir bestimmt einfach nur weit weg fliegen. Da geht das schon. So, oder die... Die fliegen einfach mal hoch ins Nest, genau. Das ist gut, dass wenigstens noch ein paar Bienen jetzt dann da bleiben. So, wir schmeißen jetzt einfach mal das weg, so. Sind die wieder lieb? Ja, die sind schon wieder lieb. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So, ach, da war schon noch einer. So, 45, 46. 47. Kriegen wir noch über das Deck an Sepplings wieder zurück. Da ist noch ein Baum gewachsen. Ui, so, einmal hier rüber. Hallo, Bienchen, zum, zum, zum. Ach, das Deck hat mir schon wieder voll. Das geht aber zügig. Das geht aber zügig. So, die nehmen wir auch mal mit. 52. So. Wir haben doch hier bestimmt noch... Ne, wir haben gar keine Kämpfer erst. Ich dachte, wir haben doch Kämpfer erst. Schade. So, dann einmal kurz runter in den Keller. Da gucken wir jetzt mal, wo wir hier aufgehört haben. Ich glaube, hier irgendwo... Da. Genau, 123. 123. Genau. Ja, dann ist halt hier, ne. So. Die müssen wir halt noch mitnehmen. Dann müssen wir noch Holz hinpflanzen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3. Und hier können wir gleich was gegensetzen, nachdem wir... ...die hier abgebaut haben wieder. ...und den einmal so gesetzt haben, genau. Ne, warte mal, das ergibt keinen Sinn. So, jetzt. So, 123, 123. Hier ist irgendwie dunkel. Also hier muss ich wahrscheinlich eh noch eins dann erweitern. So, und da können wir das Ganze hier rechts klicken. So, und das alles einmal rechts klicken. Dann sehen wir auch gleich, ob das Muster wunderschön passt oder nicht. Ja, so sollte das noch einigermaßen passen. 1, 2, 3. Wait, what? Ja, es passt nicht. Es passt nicht. Was soll das? So, warte mal. Hier das hier passt. 1, 2, 3. Dann sind das hier. 1, 2, 3. Dann sind das hier. Der muss wahrscheinlich einfach nur gedreht werden. Ja, so sieht das so ein bisschen schöner aus. Da geht es hier auf der Seite weiter. So, das sind 3. Das sind 3. Das heißt, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, ne, stopp. 2, 1. 3, 1, 2, 3. 3, 1, 3. 1, 2, 3. So, und dann geht das Ganze auch wieder. Das Ganze auch wieder hoch. Das wollte ich nicht. Da kommt einer so dran. So, 1, 2, 3. Das heißt hier, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und so. So, weil das gerade so schön ist, lassen wir das gerade mal so. Mit den 4. Wir machen erstmal den Rechtsklick hier drauf. Und gehen dann nochmal nach oben. So, und wir könnten aber jetzt hier gucken und zwar 1, 2, 3. So. Das lassen wir so und gehen nochmal nach oben. Und holen. Ne, das war ein bisschen, ein bisschen zu abgekürzter. Einmal ein paar neue Hölzchen. Und wir haben auch hier irgendwo genau Zepplings. Da können wir nämlich nochmal gucken und zählen, wie viele wir haben. So, und den Stack nochmal nach oben. Und das schön, wenn man immer 5 oder 6 oder 7 pro Baum kriegt, so wie hier. Dann geht das echt recht zügig. So. Dann kriegt man auch ganz schnell einen Stack voll. So, hier können wir eigentlich auch nochmal gerade ein paar Bäume setzen. Das ist nicht schlecht, weil dann können wir das nämlich auf dieser einen Seite belassen mit den Bäumen. Dann ernten wir da hinten nur noch ab. Und holen uns den Rest dann an Zepplings von da, den wir kriegen können. Ui, so. Hier die noch mitnehmen, genau. Da könnten wir gleich auch eigentlich Sticks noch machen. Die Bäume lassen wir ruhig wachsen, dass es nicht so schlimm. Die jetzt an Setzlingen noch dastehen. Die können wir auch gerade mitnehmen, wunderbar. Ja, wieder 59, das ist ja nicht schlecht. Und essen müssen wir natürlich. Essen müssen wir natürlich auch. Oh, nein, ich wollte eigentlich da durch. Egal. Also, den nehmen wir mit. 63, auch guck mal, wir haben jetzt bald wieder ein Stack. Wunderbar. Oh, wir haben wieder ein Stack Zepplings. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann können wir nämlich diesen Stack hier einfach verbrauchen und wieder hinsetzen. Dann machen wir nämlich Gewinn. Dann machen wir nämlich Gewinn. So, 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 es wird wieder Nacht. Das bedeutet für mich, nö, 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 21, nö, nö, nö. Wir sind hier zu Hause, genau. Und hier sind wir zu Hause. 1, 2, 3, genau, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 und so und dann hier wunderbar einmal alles rechtsklicken das ist doch schön super 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 so jetzt noch zwei gänge die wir haben man mit denen zuerst so 1 2 3 1 2 3 da kommt 1 2 3 dann kommt 1 2 3 und dann kommt so dann so und dann so und dann kommt der da denke wir auch stehen lassen dann haben wir so eine kleine markierung wo wir in der nächsten folge die letzten hälzer farben müssen wir wo sind da monst naja gut dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder wenn es den fall dann lasst eine post die wertung da oder ein abo und bis denn tschau leute